Deine Laura Strugel von Deutschland. Sie hat mitgebracht High Motion, ein Hengst von Saussure aus einer Summertime-Mutter. Sie beginnt mit einem ausgesprochenen, genommenen Auftakt, dynamisch mit viel Go und Eintritt nach vorne. Kadenziert und fiedernd in der Traversalverschiebung. Großkreuzend. Sichere Selbsthaltung. Kommt gefühlvoll in den Übergang, in die Passage. Animiert ihn jetzt zum aktiven Untertreten. Er lässt ihn kleiner werden. Er muss noch mehr das Gleichmaß erhalten. Und darf er den Schwebenmoment nicht mehr aushalten. Er folgte sich bereits sehr gesetzt. Er darf nicht mehr zum schmalen Spurtreten kommen. Fleißig der starke Schritt mit deutlichem Raumgriff. Klar geregelt im Viertakt. Sichere Rückführung. Er bleibt geregelt. Leichte Anlehnung. Leichte Führung. Noch losgelassener. Das Eingaloppieren. Der Wechsel bei der Freihäten. Ein paar Linien. Exakte Linienführung. Kommt schon immer gerade auf die Medellinie. Gebt ihm Zeit, sich im Körper auszubalancieren. Bleibt klein in der Wendung. Und kommt wieder raus. Mit viel Risiko nach oben vorne angelegt. Bergauf gesprungener Wechsel. Sicher in Stellung und Anlehnung. Und viel Last auf. Das korrigiert sie ganz gefühlvoll, bevor er noch überdreht. Gerade machen. Gut. Klasse. Nach oben heraus gesprungene Zweierwechsel. Die eine legt sie gut ins Vorwärts an. Dann kommt er doch mit der Gruppe jetzt höher. Und kann noch in sich gelassener bleiben. Beide schubt nach vorne in den starken Draht. Schwingende Rückführung. Und er unterstützt ihn, dass er noch aktiver bleibt. Und dass er sich auch rahmen lässt. Und dann kommt sie zum geschlossenen Halden in die Grußaufstellung. Laura Strobl mit TSF High Coaching. isasch pelos. Und dann kommt sie zum Amt.